Hautklar Skin Concept heißt Sie herzlich Willkommen. Ich biete Ihnen die dauerhafte Haarentfernung in Fulda mittels modernster Diodenlasertechnologie an. Für die schonende Tattoo- und Permanent Makeup-Entfernung arbeiten wir seit mehr als fünf Jahren mit einem nicht-applativen, hocheffizienten ND-Yak-Laser. Das Geheimnis beim Permanent Makeup für die Augenbrauen ist das perfekte Verblenden. Die Augenbrauen wirken durch spezielle Schattiertechnik wie gepudert. Lippenvolumenaufbau ohne Nadel. Mit dem Applikationssystem für Hyaluronsäure geht das sogar äußerst schmerzarm. Bei unreiner, öliger oder fahler Haut empfehlen wir den Spectra Carbon Laser für das Hollywood Peeling. Wir haben uns auf Ober- und Unterlidstraffung mittels sehr schonender und nicht-invasiver Behandlung per Plasma Pen spezialisiert. Hautklar Skin Concept. Wir beraten Sie gerne.